Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder guten Abend um euch herum. Ich sage das deshalb, weil es bei uns gerade sehr stark donnert. Wir hoffen aber, dass es nicht in der Aufnahme zu hören sein wird. Ja, und dass der Luftdruck nachlässt und uns Raum gibt für einen schönen Ausflug in eine sehr interessante, lebendige Umgebung. Bevor wir damit anfangen, eine kleine Bemerkung in eigener Sache. Einige von euch werden es vielleicht schon mitbekommen haben, dass wir jetzt bereits zweimal im Juni und im Juli die Buchtipps zu unseren Podcast-Episoden veröffentlicht haben für alle Nutzerinnen und Nutzer, die sich auf lesedusche.de registriert haben. Mit viel Liebe von Herrn Moldenhauer ausgewählt und das Sahnehäubchen obendrauf. Es gibt auch seitdem jedes Mal einen wunderbaren Bonus. Ja, und im Juli war das eines der leckeren Rezepte von Eva König, was wir dort als Download hinterlegt haben. Also, bitte, wenn ihr das interessant findet, registriert euch. Es ist ganz kostenlos, natürlich. Ihr braucht euch da einfach nur mit eurer E-Mail-Adresse zu registrieren. Und dann seid ihr im Verteiler und bekommt auch diese Buchtipps und Bonus-Materialien einmal im Monat geschickt. Und natürlich auch, wie gehabt, all das, was wir in dem Vormonat zum Besten gegeben haben und einige exklusive Vorab-Goodies haben wir eigentlich auch immer dabei zum Hören. Soweit, so gut. Jetzt aber Schluss mit diesem bürokratischen Teil. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Da braucht ihr euch jetzt nichts zu merken. Jetzt geht es los. Wir geben einer Frau das Wort. Oh, diese harte Pension, in der wir schuldlos, rein und natürlich blieben, Gottlob, aber auch gar nichts lernten, war der Übergang zu einer wunderlichen Jugend, in der ein eigenes Streben der Vernunft stets die Herrschaft zu geben, mich zu der Exaltation der Vernunft erhob. Ja, sehr interessant. Sehr interessant. Eine offensichtlich eine Erinnerung an eine Kindheitsphase, niedergeschrieben von Therese Huber, die ihr jetzt vielleicht gar nicht kennt, aber keine Panik, das lösen wir gleich auf, in ihren Erinnerungen, die sie für ihre Tochter verfasst hat. Und wir möchten zunächst, bevor wir auf einzelne Personen eingehen, auf den Begriff, darum geht es, Universitätsmamsellen. Das ist ein Begriff, wenn ihr das mal googelt, scheint das so feststehend zu sein. Da ist immer die Rede, da gibt es auch einen Wikipedia-Artikel. Das sind fünf Töchter von Göttinger Professoren gewesen, die im späten 18. Jahrhundert und im frühen 19. Jahrhundert lebten. Ja, also es kommt so rüber wie so eine gottgegebene Sache. Das gab es schon immer, das waren schon immer die, diese fünf waren die Universitätsmamsellen. Und daraufhin haben wir alle Bücher gewälzt, die es dazu gibt und haben aber nirgendwo die Erklärung gefunden. Ja, klingt so ein bisschen, als wäre es eine Clique. Und auch das, weil wir sind dann ja mal mit den Frauen angefangen und haben gesagt, ja, sie haben etwas gemeinsam. Sie sind alle, wie du ja schon gesagt hast, Töchter von Professoren der Göttinger Universität. Aber ansonsten haben sie alle sehr individuelle Lebensläufe und sind auch nicht, auch wenn sie sich zum Teil intensiver kennen, nicht unbedingt eng befreundet oder in einer Gemeinschaft verbunden. Und ja, um das zu Ende zu führen, die einzige Stelle nach langen Recherchen, die wir gefunden haben, wo dieser Begriff wirklich mal im Original, also in der damaligen Zeit wirklich authentisch, würde man heute sagen, verwendet wird, ist genau diese Erinnerung. Und da klingt es ja ein bisschen, ich will jetzt mal sagen, hämisch, wenn man so will, in diesem Satz. Denn interessant waren diese Damen vor allen Dingen auch für die Herren, die dort studiert haben. Und da spielt sie mit den Torheiten auch vornehmlich drauf an, nehme ich an. Definitiv. Das hängt mit dem Ort zusammen. Du hast es eben schon gesagt, wir sind in Göttingen. Im 18. Jahrhundert. Und Göttingen ist tatsächlich um 1700 eine Kleinststadt oder kleine Stadt, sagen wir es mal so, mit schätzungsweise 3.000, 3.500 Einwohnern. Das gehört mit zu dem Territorium Hannover. Das haben wir ja schon in ein, zwei Episoden am Wickel gehabt. Und ja, Göttingen ist eigentlich eine Randerscheinung bis zum Jahr 1737. Da wird dann eine Universität gegründet, weil Hannover bis dahin nur Helmstedt hat. Das ist aber auch am Rande gelegen und die wollen unbedingt mehr. Eine Uni zu gründen ist in der Zeit a. Prestige für den Landesherrn, der ja nun gerade Kurfürst geworden ist, aber auch ein Wirtschaftsunternehmen, weil die Studenten damals Geld bezahlen müssen. Und wenn das richtig berühmt wird, wenn das gute Professoren sind, dann kommt auch ordentlich Geld rein, weil die Studenten ja nicht nur dort direkt Geld zahlen, sondern auch in der Studienzeit natürlich Essen, Trinken, Spielen. Und man kann sich das ja auch vorstellen, das Leben rotiert auf einmal ein paar Stufen höher als in diesem verschlafenen Nest vorher. Ja, und das sind sehr begabte Beamte, die dieses Projekt leiten. Und deswegen wird dieses Projekt ein großer Erfolg. Die Bevölkerung verdreifacht sich. Und es sind dann wirklich fast tausend Studenten am Ende des 18. Jahrhunderts, also in der Revolutionszeit, wo wir ja gerade auch gerade waren. Und diese Universität ist schlagartig eigentlich eine der berühmtesten im deutschsprachigen Raum. Da kommen also sowohl Professoren als auch Studenten aus dem ganzen deutschsprachigen Raum wollen da unbedingt hin, weil das sehr modern ist, auch sehr offen. Wir haben ja kürzlich auch mal über die Romantiker-WG in Jena gesprochen. Kann man das irgendwie ins Verhältnis setzen? Also das ist ja zu einer ähnlichen Zeit. Und Jena war ja nun auch eine ganz renommierte Universität. Ja, Jena auch auf jeden Fall. Die konkurrieren auch miteinander. Jena ist davor auch schon wichtig, so um 1700. Und Halle auch, das sind so die Top-Unis, die auch als fortschrittlich gelten, muss man sagen. Und da kommt jetzt Göttingen einfach ins Spiel, überflügelt die. Es bleibt eine Konkurrenz da. Aber Göttingen ist schon so ein sehr schnell aufstrebender Stern am Bildungshorizont. Ja, deswegen dieses Thema oder diese Gruppe, über die wir sprechen wollen, der Frauen, das kommt überhaupt zustande, dass die so überliefert sind unter diesem Titel. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist, wie du schon sagst, es ist nichts Feststehendes, sondern Mamsel, um das ganz kurz für unsere Hörerinnen noch zu machen, das kommt von Mademoiselle. Also es ist einfach eingedeutscht. Ja, also ein junges Mädchen, ein heiratsfähiges Mädchen, kann man sagen. Und die eben an der Uni leben irgendwie. So kommt dieser Begriff zustande. Ist jetzt aber nicht unbedingt jetzt festgelegt, dass es positiv oder negativ ist. Ist einfach eine Feststellung. Die, die da rumgeistern, diese Mädels, würde man sagen, die sind damit gemeint. Und jetzt verrate uns doch bitte endlich, um wen es konkret geht. Ja, ich will Sie nur ganz kurz vorstellen, diese fünf Frauenpersönlichkeiten. Und zwar anhand dessen, was von Ihnen bleibt, wenn man sie überhaupt kennt. Aber das ist schon sehr faszinierend. Also, wir beginnen mit der Ältesten im Bunde, Philippine Gattara, geboren im Jahre 1756, die Poetin in unserem Kreise. Es folgt Caroline Michaelis, nicht ganz unbekannt, für unsere Hörerinnen zumindest. Geboren 1763, nennen wir sie mal die Gesellschafterin. Als nächstes, Therese Heine, von der wir schon das Zitat am Anfang gehört haben, 1764 geboren. Am ehesten würde ihr gerecht werden, die Redakteurin. Und Margarete Meta Wedekind, 1765 geboren. Sie ist viel angeeckt. Was könnte man für ein Wort dafür finden? Vielleicht fällt es uns noch ein. Der Querkopf vielleicht. Und es gipfelt mit der Jüngsten, der Dorothea Schlötzer, geboren 1770. Die wurde gar Doktorin. Wow, sie krönt das Ganze. Ja, und sehr passend auch für das Thema die Universität. Und ihr merkt schon, es ist viel Stoff. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, diese fünf Persönlichkeiten, um denen gerecht werden zu können auch, das Ganze in zwei Episoden abzuhandeln. Und in der heutigen Episode gehen wir näher ein auf diese mittlere Altersgruppe, hätte ich fast gesagt. Also Caroline, Therese und Margarete oder auch Meta genannt. Die sind nämlich fast gleich alt und sind tatsächlich auch enger zusammen gewesen untereinander als mit den anderen. Und deswegen ist es sinnvoll, das zusammen zu betrachten. Ja. Ja. Machen wir so. Du hast ja in unserem letzten Podcast so einen schönen Cliffhanger gehabt, falls ihr euch erinnert. Da ging es um die Übersetzung der Erinnerungen der Bürgerin Roland, Madame Roland, über die wir gesprochen haben, die Französische Revolution. Das passiert ja alles parallel zu dem, was wir jetzt heute berichten. Ja, das ist tatsächlich witzig, weil wir uns ja sehr intensiv mit diesen Memoiren beschäftigt haben. Und diese Memoiren sind dann nach diesen Revolutionswirren relativ zügig publiziert worden, 1795. Und schon ein Jahr später erscheint ein Teil davon in deutscher Übersetzung. Und zwar steht auf dem Buchcover oder auf dem Titel steht als Übersetzer L.F. Huber. Ludwig Ferdinand Huber ist damit gemeint. Und dieser Mann ist verheiratet zu der Zeit mit eben der Therese Heine, die du eben erwähnt hast. Und da ist unsere These, dass er zwar auf dem Cover steht, aber sie hat es gemacht. Sie hat es übersetzt. Und um das mal, das ist auch so ganz bezeichnend, später ist es tatsächlich so gewesen, dass sie, nachdem er schon tot ist, er stirbt relativ früh, immer noch unter L.F. Huber auch andere Werke veröffentlicht. Also es ist jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen. Und als Beleg fanden wir so schön eine der Stellen aus Madame Roulons Erinnerungen. Das könnte auch sie selbst irgendwie geschrieben haben, weil sie selbst auch so emotional war, sich selbst so einschätzt. Hören wir mal rein. Hören wir mal rein. Die Männer lieben sie nicht. Ihr Geschlecht tadelt sie. Sind ihre Schriften schlecht, so verspottet man sie und tut wohl daran. Sind sie gut, so streitet man sie ihr ab. Da finden wir schon, das kann auch gut eine Frau gewesen sein, die das ins Deutsche übertragen hat. Und sie selbst schreibt etwas später in ihren Erinnerungen an diese Zeit mit Herrn Huber, beschreibt auch diesen Prozess, wie die beiden zusammenarbeiten. Ich schmiere das Papier voll, Huber bringt es ins Reine, drückt aus, was ich nur angedeutet, schneidet ab, wo mein Herz überfloss. Finde ich eine sehr spannende Idee, die du da hast. Und das steht auch wirklich tatsächlich ja Pate für die Zeit. Also wenn du als Frau so weit gekommen bist, dass du schreiben konntest, hattest du ja nicht viele Möglichkeiten, das wirklich auszuleben, wenn du wolltest, dass deine Texte auch veröffentlicht werden. Und das wird auch mehrmals noch vorkommen, wenn wir über die Frauen erzählen, wie das möglich wurde. Jeder hat es so auf seine Art und Weise gemacht. Und die Therese hat es halt im Verbund mit ihrem Mann gemacht. Das war sozusagen ihr Beschleuniger, dass sie sagen konnte, unter seinem Namen in gewisser Weise zu veröffentlichen, ermöglicht ihr überhaupt zu veröffentlichen. Und sie hatte ja auch einen sehr politischen Geist. Also neben der Frau hat sie auch die Revolution natürlich interessiert. Also mit Sicherheit beides. Sie hat in diesem Anfangszitat, was wir gebracht haben, in diesen Erinnerungen, die sie selber dann schreibt für ihre eigene Tochter, auch aufgeführt, dass sie ein ganz schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter hatte. Also sie fühlte sich nicht geliebt. Das war, sie lief so mit. Die anderen Geschwister waren wichtiger. Und im Grunde genommen, muss man das wirklich so hart sagen, sie war froh, als sie tot war. Und ist dann, der Vater hat wieder geheiratet, ist dann erstmal eben ins, ja, weggeschickt worden ins Pensionat, hat sich aber dann mit ihrer neuen, mit ihrer Stiefmutter, die war nur, ich glaube, 14 Jahre älter als sie selbst oder 10 Jahre, ich weiß es nicht mehr, sehr gut verstanden. Also das ist schon auch eine Quelle, glaube ich, warum sie dann solche Erinnerungen einer anderen Frau, wie jetzt im Falle Madame Roland, so toll findet, weil das genau andersrum war. Also Madame Roland schreibt ja, wie sie ihre Mutter geliebt hat und wie viel sie ihr zu verdanken hat für ihre Erziehung. Dass sie ihr heimlich da auch erlaubt hat, Bücher zu lesen, die ja nur für Erwachsene waren. Also ich glaube, das ist schon ideal, fast schon aus ihrer Sicht, dass sie das machen musste. Ja, das fand sie sicherlich toll und auch in der Zeit ist es natürlich auch sehr angesagt, diese Erziehungsmethoden, die wir kennen, auch aus den Briefen und den Memoiren der Roland, hängt wieder an Rousseau und Emil, also die freie Erziehung. Und da haben sich die Frauen ja auch intensivst natürlich damit beschäftigt, weil sie auch das Leben in der Zukunft verändern wollten. Sie merkten, dass ihr eigenes Leben, sie hatten jetzt die Chance, aufgeklärte Frauen oder wie man das nennen will, sie konnten jetzt also selber agieren und wollten das natürlich möglichst schnell auch übertragen auf die nächsten Generationen, damit die noch mehr gestärkt auftreten können. Das ist richtig. Und sie hatten ja einen sehr fruchtbaren Boden in Göttingen. Also das ist, sie sind nicht nur Professorentöchter, damit haben sie natürlich schon mal per se den besten Zugang zu Bildung. Selbst wenn sie nicht studieren dürfen, haben sie doch die Väter und kriegen das irgendwie mit. Sie haben auch Studenten um sich rum, also Männer, sie selbst dürfen es ja nicht, aber schnappen das schon alles auf. Das ist eine gute Voraussetzung und es ist ein sehr liberales Klima in Göttingen, weil es eben zum Kurfürstentum Hannover gehört und der Landesfürst gleichzeitig auch König von Großbritannien ist. Und dadurch kommen ganz viele Aufklärungsideen auch rüber. Ach, die waren da weiter als wir. Ja, ja, tatsächlich. In Großbritannien ist es zu der Zeit durch diese Revolution am Ende des 17. Jahrhunderts dazu gekommen, dass der König auch nur noch so mitläuft, aber eigentlich das Parlament hat das Sagen. Und es gibt eine sehr starke Öffentlichkeit. Journalisten, denken an, ich will das jetzt nicht ausführen, aber Daniel Defoe und Swift, das schwappt natürlich rüber. Und insofern haben sie gute Voraussetzungen. Und ja, unsere Therese, bleiben wir mal bei der, ist auch Lieblingstochter des Vaters und sie erzählt das schon. Also mit der Mutter geht es gar nicht, aber der Vater, der liest ihr auch mal Sachen vor oder macht mal irgendwas. Eigentlich ist es nicht so seine Welt, das Ganze mit den Kindern, aber trotzdem hat er sie gern und macht das Ganze so, dass sie auch, davon können wir ausgehen, sehr, sehr gute Kenntnisse hatte in Sprachen, sich auszudrücken, zu schreiben und ja, das auch gut findet. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Man muss ja auch davon ausgehen, dass in den Häusern der Professoren haben ja auch immer wieder Größen der Zeit sich getroffen. Also das war ja Gang und Gäbe, das haben wir dann ja immer wieder gefunden bei all diesen Häusern, dass da immer wieder Gäste kamen, berühmte Gäste. Auf Georg Forster kommen wir ja zum Beispiel auch noch und ähnliche. Und da hat man natürlich als Kind oder junge Tochter oder junge Dame gar schon, junge erwachsene Frau, auch unglaublich viel mitgekriegt. Das ist spannend gefunden und umgekehrt genauso. Also wir haben ja viel darüber gelesen, dass auch die Herren über just diese Damen, die wir hier vorstellen, ständig gesprochen haben. Also das war schon. Die waren im Fokus. Absolut, mittendrin. Mittendrin, das stimmt. Und es ist ja auch so gewesen, nochmal kurz, weil du das gerade sagtest, die Häuser der Professoren. Die Professoren waren unterschiedlich vergütet. Also manche waren die Stars dieser Professoren, die waren richtig reich. Die haben sich dann mehrere Häuser geleistet und haben die auch vermietet, zum Teil an Studenten. Also das Zuhause war zum Teil auch ein Studentenwohnheim, wo noch irgendwie... Und nochmal Geld dazu verdienen. Also die waren jetzt auch, das waren nicht total verstaubte Leute und haben das natürlich auch, also das kann man sich auch fast vorstellen, wie du es sagst. Das ist eine Mischung aus Zuhause und Hotel, wo eben sowohl die Gäste als auch die Studenten alle rasen da irgendwie rum und machen da ihr Ding. Und das ist auch ganz interessant, dass die natürlich deswegen auch die Welt kennenlernen, die jungen Damen und wie du sagst, aber auch im Fokus sind und ist ja auch bloß nicht irgendwie gegen das ganze Regelwerk verstoßen. Und da ist eben gerade in Göttingen, wir haben ja auch den Lichtenberg und der hat da ja auch mit Spitzerfeder darüber berichtet und auch gerade diese Damen da immer wieder im Blick gehabt. Wenn da irgendwas gekommen ist, was nicht standesgemäß war, ja, dann haben die auch gespottet. Gleich schwer beschimpft, also zum Beispiel unsere Meta, wo wir eben gesagt haben, die ist irgendwie immer angeeckt, die hat einfach mal ein Buch veröffentlicht. Das fand Lichtenberg überhaupt nicht lustig, da hat er sie glaube ich die Gans genannt und hat darüber öffentlich gewettert, wie ungehörig so ein Verhalten sei. Ja, zumal sie auch einen ganz großen Fehler gemacht hat, sie hat da wohl irgendeinen philologischen Streit, der ist auch draußen, da ging es um die Aussprache irgendeines griechischen Buchstabens. Das hat sie mit reingebaut und soll, angeblich hat sie den Eindruck erweckt, dass auch die Personen, die dort in diesem Roman eine Rolle spielen, tatsächlich aus dem Leben aus Göttingen gegriffen sind, sodass alle Angst hatten, dass sie da auch durch den Kakao gezogen wären, dass man sie wiedererkennt und deswegen war das wirklich hochgradig peinlich. Ja, sie hat sich also an gar keine Regeln gehalten, die die Herren so mühselig alle für sich ausklamüsert hatten, sie hat gleich voll reingehauen. Ja, aber ich glaube das Buch, sie war ja damals glaube ich 17 oder 18, als das Buch erschien, also na gut. Wie soll sie sonst schreiben, aber sie hat es sich getraut. Absolut. Das ist interessant. Und das finden wir auch bei all diesen Frauen super interessant, um das an dieser Stelle schon mal zu sagen, dass die alle auf ihre Art und Weise einen sehr großen Mut hatten. Ja, genau. Sehr großes Selbstbewusstsein. Total sympathisch und auch die Connections irgendwie, das musst du ja auch mal hinkriegen, so ein Buch mal hin zu drücken und so, sie kriegen sie auch irgendwie hin. Also sie sind auch mutig, aber auch keine Theoretikerin, sondern wirklich Patente, wie man das so schön gesagt hat, Patente Frauen, die auch das spätere Leben. Nehmen ihr Leben in die Hand. Mit allen Widersprüchen oder auch Niederlagen doch immer weiterführen. Jetzt gehen wir mal zurück in unserer Dreiergruppe, die wir noch gar nicht genannt haben. Caroline Michaelis, also du hast sie genannt, aber wir sind noch nicht auf sie eingegangen. Warum? Weil wir sie schon mal am Wickel hatten in unserer berühmt-berüchtigten Romantiker-WG. Ja, und da hat sie nämlich ihren Namen auch geändert. Deswegen kennt ihr sie vielleicht unter diesem Namen nicht, aber ihr werdet sie kennen als Caroline Schlegel oder Caroline Schelling, weil sie dort in Jena in der WG sich entschieden hat, ach, was ist mit August Wilhelm Schlegel, das ist so doll, das ist doch nicht. Ich brenne mit Schelling durch, der würzige Philosoph, der muss es sein. Und da haben wir mal kurz auch angemerkt gehabt, ja, dass Schlegel ihr begegnet ist, ja, wo wohl, in Göttingen. Und sie hat sich dann nach ihrer ersten Ehe mit dem Arzt Böhmer, da musste sie ja auch in den Harz ziehen. Genau, der hatte dort eine Behördenstelle bekommen und ist dann, ja, das war nicht schön, sehr abgelegen. Zu ihrem Unwillen, genau. Und dann hat sie, nachdem der früh verstorben ist, hat sie den Schlegel kennengelernt. Sie lernen sich schon kennen, aber da passiert noch nichts. Sie hat eine Tochter aus dieser Ehe, Auguste, wo es dann böse Stimmen gab, böse Zungen behauptet haben, dieses Mädchen ist eine Tochter Goethes eigentlich, weil Goethe auch in Göttingen, auch dort bei diesen ganzen Professoren, seinen Besucher abgestattet hat. Und angeblich wäre es, hätte es da sofort gefunkt. Es kommt deswegen zustande, weil sie auch immer Goethe sehr verehrt hat, auch später, das haben wir in Jena auch erzählt, wie sie sich begegnet sind. Und sie war immer so die Einzige von denen, die sagen, nee, der Goethe ist schon gut, der Schiller ist vielleicht blöd, über den können wir lachen, aber der Goethe ist der Gott. Und deswegen gibt es dieses Gerücht. Und ja, ihr Vater, der Professor Michaelis, der hat auch so ein großes Haus übrigens gehabt. Das war früher die sogenannte London-Schenke oder Londoner-Schenke, das hat der dann käuflich erworben. Riesenhaft, ja. Riesiges Haus. Und das ist auch einer von denen, die die Studenten auch, der auch das halb zum Studentenwohnheim umbaut und alle geistern da auch rum und finden sie so, deswegen hast du auch vollkommen recht, sie so Gesellschafterin zu nennen. Die hat irgendwie von Anfang an hat die irgendwie so eine Gabe dafür und alle kreisen um sie auch rum. Ja, und vor allen Dingen sie selbst kreist auch um alle rum. Also wieder kann man aus ihren Briefen meistens alles erfahren, was es an Gerüchten oder nicht Gerüchten aus der Zeit gibt. Und sie kommentiert auch einfach schlichtweg alles, was diese anderen Frauen und auch Freundinnen ja, sagen wir mal in Anführungsstrichen, betrifft. Also sie nimmt da ja kein Blatt vor den Mund, das wird ja alles schön ausgegossen. Genau, also von ihren Briefen haben wir eigentlich das meiste so an Material auch finden können, um die anderen so halbwegs bildhaft vor uns zu haben. Greifbar zu kriegen, ja. Also wie die aussehen und was die machen und das wird alles runtergeschrieben. So und als junge Witwe dann bleibt erstmal in Göttingen bei ihrem Vater und als der stirbt, zieht sie nach Mainz. Und da müssen wir jetzt wieder in Mainz, das ist das Abenteuer, was alle drei, die wir heute am Wickel haben, Therese, Meta und Caroline. Das ist ein ganz spannendes Abenteuer, was sie da jetzt in den nächsten Jahren um 1790 herum bestehen müssen. Nämlich die Französische Revolution, die diese Stadt in Deutschland, also im deutschen Gebiet, besonders intensiv betrifft, weil es in Mainz tatsächlich sowas wie die Erste Republik auf deutschem Boden gibt, die dort errichtet wird. Mainz ist vorher ein geistliches Fürstentum mit Erzbischof. Und auf einmal kocht da die Revolution hoch und es gibt auch wirklich so eine Art, ja, wie eine Regierung. Führend beteiligt sind ein Herr Böhmer, der Schwager von Caroline, der Bruder des verstorbenen Mannes. Dann ein Herr Wedekind, das ist der Bruder von Meta. Und Georg Forster. Was hat denn der jetzt mit unseren Damen zu tun? Ja, der Georg Forster, natürlich sind wir dann wieder in Göttingen. Ja. Und er hat alle Häuser besucht und war dann am meisten angetan von Therese. Die Tochter des Philologen. Und fand sie so schön freigeistig und das wird ja auch immer alles in einer Ausführlichkeit gerne beschrieben. Also es war ganz interessant, er war ja berühmt für seine Reise nach Tahiti, überhaupt für seine Reisen und hat auch solche Geschenke mitgebracht. Ich glaube, Caroline hat irgendwie ein, ich hätte jetzt gesagt Hawaii-Hemd, das ist bestimmt völlig falsch. Aber jedenfalls hat er Geschenke mitgebracht, aber geworden ist es letztendlich Therese. Und er hat sie geheiratet, aber es war keine Liebesheirat. Mal ganz kurz den Faden aufnehmen, weil zu der Zeit hatte sie eine heftige Affäre mit einem Herrn Meier. Und Forster hat gesagt, ich nehme das hin, dass ich jetzt vielleicht nicht erste Wahl bin, was die Anziehungskraft betrifft. Aber diese Frau möchte ich gerne heiraten und ja, so gerät sie dann auch nach Mainz. Der Georg Forster, den habe ich mir auch mal früher so vorgestellt, der große Weltreisende an der Seite von James Cook. Also einer, der wirklich da durch die Weltmeere pflügt mit diesem Segelschiff, alle sind todkrank, die Skorbut grassiert, dann sind da noch irgendwie andere Gefahren, Stürme. Der schafft das, der überlebt das und ist ein totaler Held. Und so wie er uns jetzt hier beschrieben wird, auch von Therese selbst, von seiner Frau und auch anderen, ist er genau das Gegenteil. Der muss sehr schüchtern gewesen sein, so ängstlich fast, gezeichnet von diesen Reisen, also auch rein äußerlich. Nicht nur die üblichen Pockennamen, sondern auch schlimme Entstellungen durch Skorbut und sowas. Ja, Mangelerscheinungen. Ja, und nur wenn er dann mal irgendwie mal ins Reden kam, dann klarten sich diese Gesichtszüge ein wenig auf. Aber er hat irgendwie was Trockenes, Unnahbares auch gehabt. Und er hat es auch nur deswegen zum Zuge gekommen, weil dieser Meier, den du sagtest, der hatte gar keine Lust auf eine feste Beziehung. So kam es zustande und das hat er, aber der Georg Forster schon toleriert. Und als sie dann später in Mainz sind, du hast es ja schon gesagt, das steht unter keinem guten Stern, auch wenn sie Kinder haben. Und deswegen ist jemand, der auch ein Hausgenosse ist, nämlich der Herr Huber, den wir schon hatten. Ja, der darf dann auch irgendwie, weiß ich nicht, da irgendwie mehr Emotionen bekommen. Da findet sie dann den Mann, den sie heiraten möchte und lieben kann. Ja, und nun, also jetzt sind wir eben in Mainz, also die sind zuerst da, Forster und Therese. Dann kommt... Therese will auch immer, dass Caroline folgt. Stimmt, die schreiben sich, die hängen wirklich miteinander zusammen. Und dann kommt die Meta noch dazu, auch zu ihrem Bruder, der ja schon da ist. So, und auf einmal ist das da auch so eine Art WG. Nicht, dass die ständig zusammen sind, aber sie sind alle da, weil die Caroline schließlich auch sagt, gut, komme ich auch hin. Und geraten dann mitten in diesen Strudel dieser Ereignisse. Wir haben das ja letztens bei Madame Roland gehabt. Das hat ja eine unglaubliche Geschwindigkeit gehabt, auch für die Zeitgenossen. Also die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, weil das immer irgendwie jede Woche ist irgendwie was ganz anderes. Und so geht es denen auch. Und dann sind die Franzosen auf einmal da. Ja, also die Revolutionsarmee schlägt, diese neue, schlägt die Feinde, die sie bedrohen und dringt in die deutschen Gebiete ein. Ja. Und sind auch in Mainz. Und dann kommt es dort zu, im Grunde genommen, Zusammenarbeit eben dieser Revolutionäre dort mit denen, mit der Besatzermacht, was auch nicht gut ankommt in anderen deutschen Gebieten. Ja, die sind mit dabei. Da sind Feste, werden da gefeiert. Und gerade die Caroline, die junge Witwe, die ja nach wie vor alleine ist dort, die immer sich mokiert über die anderen. Was passiert ihr auf der großen, eine von diesen ganzen Revolutionsfesten? Sie wird schwanger von einem französischen Offizier. So, und das ist natürlich eine Katastrophe. Ja. Weil, das ist der Feind. Dann passiert das zweite Unglück, dass eben die Franzosen wieder sich wieder zurückziehen müssen. Vor den Koalitionstruppen Preußen, Österreich und so weiter. So, und die Stadt wird bombardiert und jetzt versuchen die zu fliehen. Georg Forster ist vorher schon nach Paris, der stirbt da auch und jetzt versuchen die Frauen zu fliehen. Therese ist schon weg mit Huber, die sind weg. Aber Caroline und Meta, zusammen mit Metas Mutter und noch, ich weiß nicht, wer da noch drin ist in der Kutsche, versuchen abzuhauen und diese Kutsche wird gestoppt von den Preußen, meine ich. Und alle werden sofort auch irgendwie, also sie werden identifiziert und inhaftiert. Also auf Festung Königstein im Taunus. Schwanger, Caroline schwanger. Fiese Bedingung. Und Kind. Also das war schon übelst, was ihr dazu gestoßen ist. Sie werden auch sehr erniedrigt, es gibt dann auch hässliche Flugschriften, so eine komische Schrift, wo die auch total bösartig behandelt werden. Und jetzt versuchen sie verzweifelt, alle zusammen da rauszukommen und schließlich und endlich gelingt es ihnen, das hatten wir in Jena schon gesagt, so ging ja unsere Jena-Folge los, dass irgendwer, wer war es, Humboldt, glaube ich nicht, Alexander, der Bruder, der Wilhelm, der schafft es beim preußischen König irgendwie, das ist ein gutes Wort einzulegen, sodass sie befreit werden, freigelassen werden. Ja. Und August Wilhelm Schlegel, dann heiraten. Dann heiraten die beiden. Genau, das ist aber auch eher ein Schutz, muss man sagen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Also, wo wir jetzt gerade bei diesem Thema sind, auch dieser Druck, den die Frauen in jeglicher Hinsicht ausgesetzt waren und gleichzeitig auch diese Ehen, diese verschiedenen, die sie geführt haben. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, das ist schon ganz interessant. Ich glaube aber inzwischen, dass sie wirklich auch alle ihre Freiheit, die sie zu der Zeit hatten, also ich glaube nur, es war ja auch nur so korrigier mich, aber ich glaube nur in Deutschland durfte man sich sogar scheiden lassen. Das war in anderen Ländern noch nicht so. Richtig. Und die wussten ihre Freiheiten auch zu nutzen und haben das auch getan. Also die haben sich, daran merkt man wirklich, dass die sich jetzt rausentwickeln, auch wenn sich das alles immer noch so bitter anhört, wir das immer wieder runterleiern, wie schrecklich die da eigentlich in ihre Rollen reingepresst wurden. Und das sehen wir doch immer an diesen Bewegungen, dass es doch Stück für Stück da einen, ja, einen positiven Fortschritt gibt. Das ist im Prinzip ein selbstbewusster Umgang mit einem Leben, was man nicht führen möchte. Und wenn man das merkt, kann man es ändern. Genau, da sind sie wirklich sehr, sehr selbstbewusst und auch leben das auch vor. Sie haben ja alle natürlich auch Familie dann, auch Kinder, denen sie das auch weitergeben mit ihren Erlebnissen, zum Teil verschriftlich, zum Teil sicher mündlich, lernen die Kinder natürlich daraus. Einige von ihnen werden auch selbst Schriftstellerinnen oder haben andere, also wirklich als Beruf sozusagen. Und ja, die Meta, vielleicht die haben wir so ein bisschen am Rand liegen lassen, hätte ich fast gesagt. Aber da möchte ich auch noch sagen, dass sie dann auch nach diesen Wirren doch auch noch die Liebe ihres Lebens findet, ein Herrn Liebeskind. Ja, und sag mal, geht die Meta denn wieder nach Göttingen oder hat die den da kennengelernt? Also Meta ist immer mal zwischendurch in Mainz, immer hin und her, zwischen Mainz und Göttingen, weil sie auch schon verheiratet war und Schwierigkeiten hatten mit ihrem ersten Mann, der ist durchgebrannt mit ihrem Geld. Und jetzt kämpft sie die ganze Zeit darum, um ein Scheidungsverfahren, was ging, aber nicht einfach war. Und lernt dort dann in diesem Hin und Her einen Studenten, du glaubst es nicht, einen Studenten kennen und das wird die Liebe ihres Lebens. Mit dem sie dann ihr restliches Leben auch verbringen wird, glücklich. Und die beiden gehen dann erst nach Ostpreußen und dann nach Bayern. Dort wird er als Beamter tätig und sie ist auch nach wie vor auch literarisch gut vernetzt mit Hegel, mit Schelling auch. Jean-Paul hat gute Kontakte. Ah ja. Also ein Happy End in diesem Fall. Ja. Bezüglich der Liebe gibt es ja in allen drei Fällen ein Happy End. Bei manchen früher, bei manchen später. Ja und sie bleiben auch ihren Tätigkeiten treu, also auch ihre Männer erlauben das, oder ihre Beziehungen erlauben es auch, dass sie da nach wie vor irgendwie literarisch tätig bleiben. Und damit sind wir am Ende unserer ersten Folge zu diesem Thema angekommen. In der zweiten wird es nochmal wirklich spannend, weil das nochmal, die beiden sind wirklich nochmal anders, die wir da haben. Das ist auch die Lebensläufe und auch die Eigenschaften, da seid schon mal gespannt. Wir schließen. Mit einem ganz bösen Pamphlet, um nochmal darzustellen, wie aufgeklärte Männer die Rolle der aufgeklärten Frau gesehen haben. Ja, das ist schon aus heutiger Sicht paradox, aber wir hören mal rein. Das ist eine Schrift von dem berühmten Prediger und Theologen Schleiermacher, der auch zu dieser Zeit etwas später erschienen ist. Das galt auch als wichtige wegweisende Schrift. Und wir sagen schon mal Tschüss. Ihr hört euch gleich nochmal, vielleicht wenn ihr Lust habt, nochmal diesen Auszug an und seid damit auch vorbereitet auf die nächste Episode. Und denkt dran an die Buchtipps, auch hierfür wieder. Also wenn ihr die interessant findet, wenn ihr die haben möchtet, dann registriert euch rasch auf lesedusche.de. Es dauert eine Minute. Also, macht's gut und bis zur Folge 2. Bis zur Fortsetzung. Tschüss. Tschüss. Die 10 Gebote des Katechismus der Vernunft für edle Frauen Wir hören die ersten drei Gebote. Erstens, du sollst keinen Geliebten haben neben ihm, aber du sollst Freundin sein können, ohne in das Kolorit der Liebe zu spielen und zu kokettieren oder anzubeten. Zweitens, du sollst dir kein Ideal machen, weder eines Engels im Himmel, noch eines Helden aus einem Gedicht oder Roman, noch eines Selbstgeträumten oder Fantasierten, sondern du sollst einen Mann lieben, wie er ist. Denn sie, die Natur, deine Herren, ist eine strenge Gottheit, welche die Schwärmerei der Mädchen heimsucht an den Frauen ins dritte und vierte Zeitalter ihrer Gefühle. Drittens, du sollst von den Heiligtümern der Liebe auch nicht das Kleinste missbrauchen, denn die wird ihr zartes Gefühl verlieren, die ihre Gunst entweiht und sich hingibt für Geschenke und Gaben oder um nur in Ruhe und Frieden Mutter zu werden. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens